Eine neue Folge eures Fan-Bootings Tor der Saison präsentiert von Lotto und heute könnt ihr euch zwischen diesen Treffern entscheiden. Emma Ejoa in Hamburg. Yannick Dehm gegen den VfB Stuttgart. Leon Lauberbach gegen den 1. FC Nürnberg. Alexander Mühling mit seinem Finesse-Shot gegen den Hamburger SV. Hauke Wahl gegen Wiesbaden. Jaesung Lee gegen den HSV. Und jetzt seid ihr dran. Ladet euch die offizielle KSV-App runter, meldet euch an und stimmt für euren Favoriten. Die App finden iPhone-User im App Store und Nutzer eines Android-Handys werden bei Google Play fündig. Viel Spaß und, na klar, Kiel Ahoi!